Süße Köstlichkeiten schnell und schonend verarbeiten, das ist die Spezialität von Ischida. Egal ob für lose und eingewickelte Süßigkeiten, harte und weiche Produkte, Multipacks, Schüttwarenverpackungen oder Kartons, mit Ischida lässt sich das Potenzial der Produktionslinie voll ausschöpfen. Zum Beispiel mit Mehrkopfwagen, der Hochgeschwindigkeitswaage, Kontrollwagen, Röntgenprüfsystemen, kurz mit Lösungen für Verpackung und Qualitätskontrolle. Meistern Sie die besonderen Herausforderungen, die Süßwaren mit sich bringen, ganz einfach mit der branchenführenden Leistung von Ischida. Untertitelung des ZDF für funk, 2017